Hallo Freunde, hier mal noch mein kleiner Nachtrag zum Thema Elemente und Gezeitenalbum. Bei dem Clip braucht es eigentlich gar nicht viele Worte, weil wie ihr seht und doch hoffentlich hört, befinde ich mich wirklich an einem schönen Ort, um zumindest drei Elemente mal klar zu machen. Zum einen der Wind, deswegen hier auch mit Mikrofon, ich hoffe ihr versteht mich. Dann zum anderen einfach diese wunderschöne Dünenlandschaft, das ist wirklich traumhaft und natürlich das Meer wird der Diele gezeitenmäßig, die langsam wieder näher rückt. Genau, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Bleibt hier bloß noch zu sagen, wir freuen uns auf die zwei Konzerte, die jetzt anstehen in Magdeburg und Mühlhausen und hoffentlich seid ihr alle zahlreich da. Genau, bleibt schön neugierig. Bis dann, Bälle. Ciao. Bis dann, Bälle. Untertitelung des ZDF, 2020